Kreuzzuggebet 55 Vorbereitung auf die Warnung O mein lieber Jesus, bitte öffne die Herzen aller Kinder Gottes für das Geschenk deiner großen Barmherzigkeit. Hilf ihnen, deine göttliche Barmherzigkeit mit Liebe und Dankbarkeit anzunehmen. Mache sie fähig, vor dir demütig zu werden und um die Vergebung ihrer Sünden zu bitten, damit sie ein Teil deines herrlichen Königreichs werden können. Amen